Hallo Leute und das ist ein kurzes Info-Video ich weiß nicht ob man es hört aber ich bin ziemlich erkältet und deswegen kam auch die letzte Teil kein Videos mehr ich weiß nicht wann es mir wieder besser gehen wird ich hoffe es wird bald wieder sein und dann kommen auch jeden Teil wieder Videos ich werde auch jetzt nicht mehr viel sagen in oder ein Video wo es mir wieder besser geht kommt dann auch noch eine Art Prozent in den Info zum Advent und was alles jetzt weitergeht aber das war's was schon von mir schau